Liebe Lakesider und Aussen an den Bildschirm, herzlich willkommen zu der Lakeside Movie Session Präsentation 2010. Auch dieses Jahr haben wir an der Movie Session wieder abgefallene Kurzfilme für euch parat. 16 Zahlen sind es von der Kategorie Kurzfilme, Sportfilme und Musikvideos. Es sind das nämlich die hier. Ausserdem bei uns zu Gast dieses Jahr den Luzerner Troubadour Johnny Byrne. Er wird uns mit seinen wunderbaren Songs unterhalten und uns auch zeigen was er so von Entedressur versteht. Für das schalten wir gerade live zum Johnny ins Fitnessstudio. Hey tschau zusammen, ich bin der Johnny und ich pumpe für die Movie Session nur für euch. Musik 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 Ich hör' mich alle, ich hör' mich auch nicht lach' Ich mach' jedes Lach' Ich schwör' Ich schwör' Ich hab' nicht nur ein Auspuff' Ich hab' nur gar zwei Auspuff' Und ich schwör' dir mehr als drei Auspuff' Und alle zusammen seh' mir vier Auspuff' Und ich seh'n die aus Und ausserdem haben wir's geschafft das Jahr endlich nach mehreren Versuchen der weltbekannte Starregisseur aus Italien, Sergio Sardella, um uns an die Movie Session zu holen Er gilt als Querdenker in der Filmszene und wird uns dieses Jahr einen besonderen Einblick in seinem absurden Filmfantasie gewähren Der Sergio Sardella ist jetzt gerade live in Cannes Ich schalte darum gerade live auf ganzem Sergio Hier spricht Sergio Sardella Buonasera, mein Name ist Sergio Sardella Ich bin da eine weltberühmte Regisseur aus Italien Wo ich schon hunderttausig Mal versuch' da eine Movie Session kam am Lakerside Festival Hatte nicht klappt, dieses Jahr hätte klappt Und dieses Jahr komme ich mit einer neuen Schändere von Filmen Und zwar ist das Alpler Magarone Western Mehr Italienern als Gangsta Hip Hoppers und Liedersonger Schreiber Wie Celentano haben die Namen Bronze und eine grosse Filmkultur Und ich hab gedacht, ich bringe dich hier hin in Bild und Ton Wenn du weisst, was ich meine Hatte gesponsert Kann man praktisch hier hin meine Kurzfilme bringen Ragazzi, buon divertiento Stagiera Ci vediamo Sergio Sardella Aus Cannes Live für Lakeside Festival Grazie Dann haben wir für euch noch ein exklusives Videopremiere Vom neuen Musikvideo von Luzerner Bad Elvin Sellet Sie haben ihr Debutalbum ausgegeben, das eingeschlagen hat wie der Bombe Alle Kritiker sind total begeistert Sie kommen bei uns noch besuchen Werden ihr das neue Video bei uns präsentieren Elvin Sellet Und wie ich gesehen, ist der Penny von Elvin Sellet auch schon unterwegs aus Lakeside Lakeside Videopremiere von Elvin Sellet Friend or Fow Ich fühl ihm den LINU Schönen Zahler Merci Benni, wir sehen uns am Lakeside. All das und noch viel mehr sehen wir am Lakeside. Lakeside Reporter, Best of natürlich darf nicht fehlen und noch vieles mehr. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns am Lakeside Festival, wenn es wieder heisst. Mitsubishi? Was ist das?